Hallo zusammen, Eizocke hier! Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut gerne in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest Kampf bei Valhalla, anzunehmen bei der Knochenhexe in Eiskrone, an dieser Position. Vor Quest war Wache der Banshee. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5 mit einem Charakter, der viel zu hoch für dieses Gebiet ist. Das sollte aber bei dieser Quest nichts zur Sache tun, denn man muss glaube ich keinen einzigen Kampf bestreiten. Nun geht es hier entlang, dann hier hoch. Sieht sehr gut aus und dann müssen wir hier hinunterlaufen bzw. fliegen. Und da sind wir. Tada! Hallo? Okay. Man muss fliegen können, um die Quest abgeben zu können, oder wie? So geht es nicht. Ich werde beglaubt. Okay. Best ist abzugeben bei Geilweave in der Weißkrone, in dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnier-Knopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Wäre cool, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao! 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 Vielen Dank.